Der dritte TKB Tourathlon vom 10. Juni wird für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch attraktiver. Unter dem Motto «Turgau bewegt» führt den Anlass Sporterinnen und Sportler wiederum durch den ganzen Kanton Thurgau. Die Teilnahme allein, zu zweit oder in einer 5er-Gruppe mit wählbaren Kurz-, Mittel- und Langdistanzen bleibt bestehend. Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre kommt es zu einigen Anpassungen. Details finden Sie auf der Tourathlon-Webseite. Wer jetzt anmeldet, ist sicher am 10. Juni dabei. Online-Anmeldung unter www.tourathlon.ch www.tourathlon.ch